Musik Hi Leute, ich bin heute hier in Würzburg in der Posthalle, denn heute spielt hier eine ganz besondere Band. Heute spielt hier Heavy Saurus und die machen Musik für Kinder. Endlich mal für geplagte Elternohren, ordentliche Musik, handgemacht mit E-Gitarre und Schlagzeug. Im Hintergrund macht sich gerade die Band fertig und wir können mal schnell auf die Bühne schauen. Und danach reden wir nochmal mit den Jungs auch selbst. Kommt mal mit. Hier ist ganz schön was los. So kurz vor der Show schaut mal rein. Jetzt sieht man schon das Schlagzeug. Und es warten schon ein paar Leute auch vor der Bühne. Also, wir schauen mal hinter die Bühne zu den Jungs, wie es denen geht. Ob die vielleicht aufgeregt sind oder nicht. Ich stehe hier mit Kompi Mombi. Das ist der Schlagzeuger der Band. Der ist schon ganz aufgeregt, glaube ich. Er hat schon seine Sticks parat. Sag mal, Kompi, wie ist es denn hier in Würzburg? Ihr seid ja jetzt von Finnland, glaube ich, hier angereist. Stimmt das? Genau, richtig. Also für uns ist es hier ganz tolle warm. Und wir sind aber auch super empfangen worden und haben schon lecker gegessen. Und wir freuen uns jetzt auf die Show. Was ist denn so ein Saurier eigentlich? Das kommt ein bisschen drauf an. Also am liebsten in der Band ist Mammut-Gulasch. Das ist total super. Und ansonsten freuen wir uns auch immer über leckeres Brot wie das, das du uns mitgebracht hast. Oh, ich habe ein Brot mitgebracht. Das zeige ich dann nachher auch. Ich habe auch extra mit Logo der Band. Und jetzt bist du schon warm gespielt. Hast du dich schon ein bisschen warm getrommelt? Ja, klar. Ich bin voll bereit. Und in ein, zwei Minuten geht es jetzt dann auch gleich los. Also wir sind wirklich vor der Show gerade eben hier. Die anderen Leute sind schon ganz am wuseln überall. Deswegen störe ich jetzt auch gar nicht länger. Und wünsche euch eine geile Show. Ich filme natürlich mit. Und nachher sehen wir uns nochmal kurz. Super, wunderbar. Viel Spaß. Bis später. Danke. Hier sind Heavy-Saurus. Danke. 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 Das war's. 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 Und hallo die, die ihnen immer nachlaufen müssen. Geht's euch gut? Ja! Wir sind Habisaurus! Boas!